Hi Leute, hier ist der Mihawk und ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund für alle, die lesen können, äh, Commentator Fight Night 2012, was ist das, was machen wir? Und zwar wurde ich vor kurzem zu diesem Event eingeladen. Zwei sehr gute, äh, Commentatoren auf YouTube haben sich da was ausgedacht, und zwar zum einen der Angel und zum zweiten der Black Sun. Ja, die haben sich gedacht, komm, machen wir mal auf der Plattform des PCs eine Commentator Fight Night sozusagen, Kommentatoren spielen gegeneinander mal einen ganzen Abend lang und werden sich da mal schön die Fresse hier wegpolieren. Das Ganze wird dann 6 gegen 6 gespielt jeweils in Random Teams und auf keinen Fall frei für alle, so wie ich es mitgekriegt habe. Vor allem werden wir dann Herrschaft spielen, Sprengkommando und, äh, das ein oder andere Mal vielleicht auch in Suchen und Zerstören. Das Ganze soll einfach mal Spaß, äh, wieder mal uns bringen, da der Frust von MB3 bei einigen doch ziemlich groß ist. Und, ja, ein bisschen Spaß an dem, an dem Abendlegen. Natürlich werden dazu auch Videos kommen, von einigen Kommentatoren werden da wahrscheinlich vor Live-Commentaries kommen, von einigen werden da wahrscheinlich nachkommentierte kommen, wie von mir. Auf jeden Fall wird danach kommentiert das Video kommen, zu zeigen. Aber, ihr könnt natürlich viel, viel mehr von dieser Commentator Fight Night da mitbekommen sozusagen, denn der Black Sun und der Angel, die haben sich da um den Livestream bemüht. Sozusagen, äh, ihr könnt das Ganze live mitverfolgen irgendwie. Und zwar, äh, über Xfire. Ein Livestream bei Xfire ist das. Kann ich aber gar nicht so genau sagen, wie das geht. Äh, ich schreibe die Adresse einfach mal mit unten hier drin, in die Videobeschreibung. Und das Ganze startet, wenn ihr jetzt aufgepasst, am Samstag, den 18.02.2012. Start ist der 19 Uhr. Und, äh, ich hoffe, einigen von euch, wer könnten da bei dem, ähm, na sag ich schon, bei diesem Livestream da mit dabei sein, wäre, wäre übelst geil von euch. Vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, wie das abläuft da bei Xfire, ich kenne das bloß bei, bei diesen, äh, bei diesen richtigen Internetseiten. Also egal, wenn es da einen Chat gibt, dann bitte ich euch doch mal, mich ab und zu ein bisschen da anzufeuern. Und, äh, gerne mal wieder gesehen als Kommentar, äh, Mihawk ist der Beste. Fände ich auch geil, ne? Hahaha. Ne, also wie gesagt, am 18.02.19 Uhr geht es los. Und, ja, vielleicht wolltet ihr ein bisschen zusehen. Wäre ganz geil. Also, ich glaube, alle zwölf Kommentatoren sind dann auch, äh, da über Skype oder so drin. Und, also, ihr hört alle. Zumindest die meisten, so wie ich es verstanden habe. Und, ja, ich hoffe, ihr kommt und guckt euch das mal an. Ne? Alles klar, bis dahin.